Der Transfer von Mittelfeldspieler Felix Metzscher vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Vizemeister mitteilte, erhält der 22-Jährige beim BVB einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2028. Die Verpflichtung von Metzscher sorgte bei einigen Fans von Borussia Dortmund schon vor der offiziellen Verkündung für Missmut. Hintergrund der Kritik war, dass dieser auf seinem Instagram-Profil Beiträge geteilt hatte, die von seinen Kritikern als homophob und queerfeindlich eingeordnet wurden. Uns ist bewusst, wurden Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Vereinspräsident Reinhold Lunow zitiert, dass der bevorstehende Transfer in den vergangenen Tagen aufgrund zweier Internetpostings, die Felix geteilt hat, auch Kritik hervorgerufen hat. Und zwar ist deshalb wichtig, mit dem Spieler intensiv über seinen Glauben und seine Werte zu sprechen.